Was ist das für ein Neuland Vortrag? Was ist das für ein Neuland Vortrag? Ja, diese Erfahrung habe ich da versucht so ein bisschen zu sortieren und Vortrag draus zu machen, um auch so ein bisschen die Zauberei aus dem, was ich teilweise denn mache, herauszunehmen. Grundlegend gibt es meistens eine Ausgangslage, wo mir ein Kunde, ein M23-Benutzer, etwas schildert, was nun nicht so läuft, wie es eigentlich sein sollte. Und derjenige benutzt nicht unbedingt Fachsprache oder das, was er sagt, kann auch sehr kurz sein, so nach dem Motto, da geht was nicht. Meine nächste Aufgabe ist denn, das eigentliche Problem zu finden und dann für den Kunden, für den Benutzer ein Ziel, was er mir eventuell vorgibt, das umzuwandeln in einen Lösungsweg. Und das ist das, was ich ein bisschen zeigen werde, wie man eben das Ganze analysiert, sowohl eben die Problemebene als auch die Lösungsebene, wie man Informationen sammelt und letztendlich die Lösung daraus entwickelt. Damit das Ganze nicht ganz so trocken wird, habe ich da zwei so ein bisschen fiktive Fälle mal gemacht. Da habe ich mich selbst dabei beobachtet und Screenshots gemacht, wie ich denn dabei vorgehe, ohne mich nun direkt damit auszukennen, aber wie ich mich einfach zu einer Lösung dahintaste. Ja, so ein Vortrag kommt natürlich nicht ohne Grafiken aus. Also der Anfang ist eben diese etwas unscharfe, diffuse Ausgangslage, wo eigentlich keiner so wirklich weiß, worum es da eigentlich geht. Meine nächste Aufgabe ist dann, dieses Problem zu finden, dann mögliche Lösungen abzuklappern, bis ich eine Lösung gefunden habe. Es mag natürlich mehrere Möglichkeiten geben, eine Lösung zu finden, um zu diesem Ziel zu kommen, aber meistens bin ich dann auch mit einer zufrieden, beziehungsweise der Kunde. Als ich das Ganze denn immer und immer mal wieder ein bisschen angepasst habe, diesen Vortrag ist mir eigentlich aufgefallen, das, was ich mache, ist so ein bisschen wie Detektivarbeit. Also Klassiker Sherlock Holmes, da beginnen viele von diesen Geschichten eben mit der neue Klient, der kommt vorbei. Er schildert irgendein Problem, also ich habe das mal Ausgangslage genannt, in der er eben berichtet, was irgendwie davor gefallen ist. Also sein Rechner ist abgestürzt, irgendwie hat kein Netz, was auch immer das genau bedeutet. Oder bei Sherlock Holmes ist das Ganze etwas blutiger und etwas aufregender, aber letztendlich ist das schon ziemlich ähnlich. Die Zielvorgabe wird meistens auch gegeben, das muss nicht unbedrängt das Gegenstück dazu sein, das ist zwar häufig, löse das Problem letztendlich oder mache mich glücklich, beseitige den Absturz, aktiviere das Netzwerk, aber wie das denn genau funktioniert, muss der Kunde nicht wissen. Das ist eben mein Job. Was ich denn als erstes mache, nachdem ich eben dieses anfängliche Gespräch oder diesen E-Mail-Austausch gemacht habe, ich mache sowas wie eine Tatortbegehung. Also ich sehe mich denn auf dem betreffenden System um. Ich schreibe mir also auf, was für ein Betriebssystem habe ich da. Ist das reale Hardware, habe ich eine virtuelle Maschine vor mir, wofür wird dieses System überhaupt genutzt? Also das sind jetzt beispielsweise drei Sachen, die ich mir dann einfach erstmal angucke, damit ich erstmal so grob einschätzen kann, wo befinde ich mich da. Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Zum Beispiel offensichtliche Fehlermeldungen. Viele Nutzer neigen eher dazu, Fehlermeldungen einfach wegzuklicken, zu ignorieren oder sonst was und das auch gar nicht wirklich wahrzunehmen, dass dort irgendwas nicht richtig funktioniert hat. Was für mich offensichtlich ist, muss für den Nutzer nicht offensichtlich sein. Oder so etwas wie Bildstörungen. Sowas gibt es auch, es gibt ganz eklige Fälle, wo sowas einen auf den richtigen Weg führen kann. Dann aus diesen Informationen, die ich gesammelt habe, habe ich vielleicht schon eine Idee, einen Verdacht, wer jetzt an diesem Problem schuld sein könnte. Gibt es eventuell Programme, die da irgendwas machen könnten, also ein bisschen Erfahrungssache oder eben auch, ich habe mir die Fehlermeldung genau durchgelesen oder haben wir Fehlkonfigurationen. Also das ist ein weites Feld insofern, aber genau lesen. Ja, eine weitere Grafik, die ich dazu gemacht habe, um so ein bisschen das zu illustrieren, was ich eigentlich mache. Ich sammle Informationen, also gucken, was mache ich da, was sehe ich. Dann versuche ich aus diesen Informationen, die ich gesammelt habe, sowas wie eine Theorie zu bauen, womit ich dann versuche herauszukriegen, was da falsch gelaufen sein könnte. Also eben diesen Problemfall, wo ist das Problem herauszukriegen. Und dann muss ich das Ganze natürlich irgendwie überprüfen, denn Theorie hilft mir meistens nicht weiter. Also ich muss das irgendwie dann überprüfen, ob das nun wirklich stimmt. Genauso wie ist es auch mit den Lösungen. Ich sammle Informationen, versuche eine Lösungstheorie aufzustellen und überprüfe diese. Denn es soll letztendlich funktionieren. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich einfach bloß theoretisiere und heiße Luft verbreite. Diese Informationsquellen, die ich habe, sind einmal Dinge, die ich sehe. Also eben Fehlermeldungen. Ich kann Suchprogramme verwenden, mit Grab irgendwelche Logdateien durchwühlen und sonst was tun. Das ist das, was ich in dem jeweiligen Augenblick machen kann, nach einer Fehlersituation. Dann sind es Dinge, die ich weiß, beziehungsweise von denen ich glaube, dass ich sie weiß. Bei allem ist immer eine Fehlerkomponente dabei und von daher sollte ich immer so ein bisschen flexibel sein. Also es muss nicht alles so sein, wie es auf den Anfang erst mal sein könnte. Und das eben bei den Dingen, die ich sehe und eben auch bei dem, was ich meine, zu wissen. Also die Dinge, die ich weiß, sind Grundlagen, die ich habe, Erfahrungen aus X Jahren, Fachbegriffe. Die helfen nachher bei der nächsten Kategorie, beim Nachschlagen. Das ist sehr wichtig, dass ich dann besonders, also das ist wieder die Kategorie effizient, dass ich relativ effizient denn zu relativ guten Suchergebnissen komme. Und bei den Dingen, die ich nachschlage, muss ich diese natürlich auch überprüfen. Denn Informationen, die ich so gewinne, die können entweder veraltet sein, sie können grundlegend falsch sein. Sie können sich auf andere Produkte beziehen, auch wenn es ähnlich ist. Und das, die wohl sinnvollste, also was ich am häufigsten benutze, sind halt Suchmaschinen. In Ausnahmefällen Büchern, Magazine eventuell auch noch, also CT und Co. Aber das eher so am Rand, also Suchmaschine ist wirklich so das Werkzeug der Wahl. Zum Thema Wissen und Nachschlagen, also Dinge, die ich weiß, also Grundlagen, die ich habe, dass ich von Netzwerken weiß, wie sowas grundlegend aufgebaut ist, ohne unbedingt wirklich diese Tiefe zu erreichen, das wirklich alles komplett zu können, hilft wirklich viel weiter. Wovon ich wenig halte, ist, sich selbst auf irgendwelche Lösungswege zu trainieren. Also irgendwelche Klickfolgen, das, das, das und das. Denn sobald dieses Programm, wo ich das eintrainiert habe, sich geändert hat, nützt mir dieses ganze Antrainierte, in dem Fall zwar effiziente, aber hilft mir dann rein geheimnisvoll. Ich sollte also wissen, was ich tue, genauso ähnlich ist es, wie ich mich jetzt darauf trainiert haben könnte, das Icon, diese Funktion muss exakt so aussehen, was mache ich, wenn das Icon anders aussieht. Also ich sollte Grundlagen lernen und eigentlich wissen, was ich tue. Genauso wenig halte ich eben von Lernen auf Halde, also erstmal ein ganzes Buch lesen, komplett auswendig lernen, würde ich niemals machen. Es gibt wenige Leute, die sowas können, also die wirklich die Kapazität haben, um sowas wiederzugeben. Eigentlich fallen mir ja bloß zwei Leute ein, die sowas können. Und also es veraltet eben auch relativ schnell. Und letztendlich, häufig gebraucht, das prägt sich auch wieder ein. Also wenn ich das x-mal gemacht habe, dann brauche ich es nicht mehr nachzuschlagen. Um Suchmaschinen effektiv zu nutzen, brauche ich also sinnvolle Suchbegriffe. Da hilft mir also mein Grundwissen weiter. Fachbegriffe, umso genauer ich das kann, desto besser sind meine Suchergebnisse. Und das Ganze eben verknüpft mit dem, was ich sehe. Also Fehlermeldungen exakt so eingeben, wie sie dort sind oder alles andere, was mir auffällt, so exakt wie es geht. Was ich nicht machen sollte, ist, diesen Ergebnissen hundertprozentig zu vertrauen. Also es sind immer bloß Informationsbröckchen, die mir zu diesem Ziel, was ich erreichen will, zu dieser Lösung helfen können. Aber es ist immer kein hundertprozentiges Wissen. Ja, wie gehe ich jetzt vor, wenn ich jetzt versuche, eine Theorie aufzustellen? Die Frage ist letztendlich, habe ich eigentlich schon genug Informationen, um damit eine quasi qualifizierte Theorie aufzustellen? Falls nicht, muss ich weiter Schlüsselworte finden, um Suchmaschinen zu füttern? Oder ich nenne das einfach Sichtbarkeit erhöhen. Bei vielen Programmen kann ich Debuglevel hochsetzen, dass ich mehr Informationen kriege, was da eventuell schiefgelaufen ist. Ich kann Logdateien durchsuchen. Und ein wichtiger Punkt ist, nochmals genau lesen. Denn vieles, was man vielleicht am Anfang übersieht, beim zweiten Mal lesen, findet man es vielleicht doch. Und das ist dann, aha, oh, so komme ich denn doch weiter. Das Ganze aufschreiben, das kann man auf einem Zettel Papier machen. Also ich mache sowas ganz gerne auf Papier. Man kann sich eine Datei machen, man kann sich das auch merken, wenn man es kann. Aber diese ganzen Möglichkeiten, diese Theorien aufschreiben und dann so ein bisschen nach gefühlter Wahrscheinlichkeit, also was ist jetzt wahrscheinlich das Naheliegendste, woran es liegen könnte, einfach zu nehmen und das jetzt gezielt zu testen. Dann, diese ganzen Theorien wollen natürlich auch überprüft werden. Und das ist im Computerbereich natürlich sehr, also in den meisten Fällen sehr einfach zu machen. Denn die Instanz, die einzige, die sagt, ob das nun richtig oder falsch ist, ist der Computer selbst. Ich kann also relativ schnell Desktop-Einstellungen verändern und dann gucken, ob diese Änderung nun wirklich das hervorgerufen hat, was ich will. Genauso kann ich das bei Konfiguration von Server-Software machen. Einfach schauen, ist das, was ich gemacht habe, wirklich das, was ich wollte, fällt das Richtige hinten raus. Wenn ich größere, also verschiedene Dinge habe, kann ich kleine Testskripte schreiben, um das zu überprüfen und so weiter und so fort. Wichtig dabei ist, man sollte sich absichern. Denn viele von diesen Tests, die können natürlich auch Schaden einrichten. Der kann klein, der kann groß sein. Also man sollte Backup-Dateien von Konfigurationen machen. Besonders praktisch ist es, wenn man die Tests in virtuellen Maschinen macht. Man kann die entweder komplett exportieren oder man kann einen Snapshot davon machen. Und falls man die vor allem kaputt gespielt hat, kann man einfach diesen Snapshot zurücksetzen. Dann ist man wieder da wie vorher und kann die nächsten Tests machen. Falls man es mit realer Hardware hat, kann man zum Beispiel mit Klonzilla das ganze System, die ganze Festplatte, die Partition einfach sichern. Und im Falle eines Falles wieder zurücksichern. Also dieses Absichern ist schon wichtig. Darf man nicht aus Acht lassen, sonst gibt es schnell mal kaputte Software, Rechner und so weiter. Verlorene Daten. Rechner sind ja besonders effizient, was das Durchsuchen von großen Datenmengen angeht. Zum Beispiel mit Grab kann man viel durchsuchen. Man kann mit Diff Unterschiede zwischen Dateien finden. Also diese Möglichkeiten sollte man auch wirklich nutzen. Es macht wenig Sinn, große Datenmengen mit den Augen zu betrachten und dann wirklich die zwei, drei Zeilen, die vielleicht interessant wären, per Hand rauszupicken. Das dauert lange und vielleicht ist man an der Stelle dann schon wieder so müde, dass man gerade diese wichtigen Zahlen nachher übersehen hat. Andere Methode, um Probleme zu finden, sind auch Fehlermeldungen direkt in Programmen zu suchen. Also eben diese Fehlermeldungen als Strings da drin zu suchen. Dann kommt man manchmal auch schon ein bisschen weiter. Das funktioniert auch bei Quelltexten in Poamiersprachen, wo man vielleicht nicht so fit drin ist. Dass man jedenfalls schon mal grob weiß, an welcher Stelle ist das und kann sich von da aus ein bisschen weiter hangeln. Zum schnellen Springen innerhalb, also das sind jetzt quasi bloß Tipps, was mir jetzt so eingefallen ist. Schnell hin und her springen im Quelltext, da kann man bei vielen Editoren Marker setzen, ist auch praktisch. Und was man auch immer vermeiden sollte, was auch fehleranfänglich ist, ist zu tippen. Also lieber kopieren anstelle von tippen, denn schnell hat man einen Buchstabendreher oder sonst was drin, vergisst einen Buchstaben und schon laufen irgendwelche Suchen in die Leere. Also lieber wirklich kopieren oder auf der Kommandozeile Autovervollständigung verwenden. Es ist nicht nur schneller, es ist halt eben auch fehlerfreier. Ja, wenn man mit Kunden oder anderen zu tun hat, ist es häufig einfacher, einfach mal einen Screenshot zu machen, zu lassen von irgendeiner Fehlermeldung, von einer Fehlersituation. Entweder durch ein Programm oder falls das nicht möglich ist, entweder Kamera oder Handy oder sonst was, einfach ein Bild davon machen. Das hilft wirklich weiter, denn die Information, die der Benutzer einem rübergibt, muss nicht unbedingt wirklich die entscheidende Hilfsinformation sein, die ich eben nun brauche, um da weiter zu helfen können. Ähnlich ist es mit Videoaufnahmen, kann man ein paar Software machen oder auch bei Videokamera. Also da hatten wir eine eklige Probleme mit irgendwelchen Login-Managern, wo sich da nichts machen ließ und da war für einen Sekundenbruchteil eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm und nur auf dem Bildschirm. Und dank Videokamera abfilmen haben wir es gefunden. Also auch wenn es blöd klingt, Videokamera kann manchmal helfen. Grundsätzlich noch, Fehler sollte man immer einkalkulieren, sowohl bei sich selbst, auch bei anderen. Also nicht alles hundertprozentig als Wahrheit ansehen, sondern immer, könnte ja auch eventuell anderes sein, vielleicht hat jemand was falsch gemacht, sehen. Genau. Und so ein bisschen, ja lieber irgendwo anfangen als nur grübeln. Denn selbst wenn man bei diesem Anfang irgendwo Fehler macht, kann man damit neue Informationen gewinnen oder eben sehen, aha, der Weg, den ich jetzt gerade beschritten habe, der ist falsch und kann man den auch schon wieder abhaken. Also einfach lieber was tun, denn viel grübeln oder sonst irgendwas hilft oftmals einfach nicht weiter. Besonders auf eben Gebieten, wo man sich nicht auskennt. Dann kommen wir schon zum ersten Fall, das unbekannte System. Das fängt natürlich wieder an mit der neue Klient. Der schildert mir schon relativ genau, auf diesem Linux ist kein Nano installiert und gegebenenfalls muss Software aktualisiert werden. Er hat mir bei seinem Auftrag schon zwei Stichworte genannt. Einmal, es handelt sich um ein Linux, ist schon mal nicht schlecht. Und Nano möchte er, das ist ein Editor. Damit kann ich was anfangen, damit kann er anscheinend auch was anfangen. Sehr gut. Was soll ich jetzt tun? Das ist quasi genau das Gegenstück. Also ich soll das Nano-Paket installieren und das System aktualisieren. Gut. Relativ klar das Ganze. Ich bekomme dieses Linux. Das fährt hoch und, naja gut, was könnte es jetzt sein? Ist jetzt nicht so schwer. Also der Verdachtsmoment könnte eventuell ein Mageia 5 sein. Naja, mal gucken. Da steht auch schon wieder Mageia 5. Ja, könnte sein. Der Kunde hat mir zum Glück auch Login-Daten gegeben. Also das, ohne die kann man auch wenig machen. Aha, hat funktioniert. Ich kann mich am System als Root anmelden. Super. Dann so ein bisschen allgemeines Linux-Wissen. Ich kann unter ETC-Issue nachgucken, was für eine Linux-Distribution das wahrscheinlich ist. Kenne ich von Debian her. Funktioniert vielleicht auch da. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Ich habe dabei die Autovervollständigung genommen. Ich habe halt ETC und ISS genommen und in Tabulator gedrückt und hat mir gesagt, ja, ich habe eine Datei, die ISSU heißt. Wunderbar. Und was steht da drin? Da steht drin, Mageia Release 5 Official for I586. Super. Also wird wahrscheinlich Mageia 5 sein, beziehungsweise eine gute Fälschung. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Was mache ich dann? Ich nehme eine Suchmaschine. Die Suchmaschine meines, naja, was heißt kleinsten Misstrauens? Nein. Also ich habe eine Suchmaschine verwendet und habe dort einfach Mageia 5 eingegeben. Habe ich direkt gesehen, dass es Mageia 5 wahrscheinlich ist. Dann weiß ich, die meisten Distributionen haben sowas wie ein Paketmanager. Package Manager habe ich jetzt einfach mal so genommen, weil man mit Englisch häufig weiterkommt als mit der deutschen Variante. Ich denke mal, in diesem Fall wäre es jetzt auch nicht wirklich schwierig gewesen. Denn das Erste, was mir jetzt diese Suchmaschine vorschlägt, ist Urpmi. Wiki, Mageia, Org, DE. Urpmi. Mhm, Urpmi. Sagt mir jetzt nichts, aber könnte es vielleicht sein. Was steht auf der Seite? Urpmi installiert oder aktualisiert ein Paket. Klingt doch schon mal nicht schlecht. Kann ich dem jetzt trauen? Weiß ich noch nicht. Aber ich gehe jetzt einfach erstmal davon aus, dass ich an dieser Stelle jetzt weitermache. Was mache ich jetzt? Ich verwende wiederum die Autovervollständigung und die sagt mir, aha, es gibt einen Befehl Urpmi. Super. Dann, auch allgemein Wissen, die meisten Linux-Programme haben einen Minus-Minus-Help-Parameter, der mir Hilfinformationen zu dem jeweiligen Programm ausgibt. Was bekomme ich dann? Dann bekomme ich erstmal ganz viel, also das ist da noch nicht zu Ende, also das geht noch ein paar Bildschirmseiten weiter, bekomme ich Informationen da, was ich da alles mit machen könnte. Bloß, was ich nicht gefunden habe, ist, wo gebe ich überhaupt Paketnamen an? Ich sollte damit was installieren können, aber ich muss doch sagen können, was ich damit installieren will. Okay, habe ich nicht gefunden. Dann, ich probiere es einfach aus. So ein bisschen Schadens, ja wie groß ist der theoretische Schaden, den ich mit diesem Kommando anrichten könnte? Also gefühlt jetzt wahrscheinlich nicht wirklich, wird irgendwas installiert werden, aber ich mache wohl nichts kaputt. Na gut, ich gebe einfach mal Urpmi ein und schreibe dahinter Narnung. Drücke Enter und gucke mal, was passiert. Was macht er? Er lädt Daten runter, also über diese wunderbaren Rautenzeichen, das ist dieser Fortschrittsbalken, was abgeschlossen ist und er lädt ein Paketnarnung runter. Juhu, Punkt 1 geschafft. Mein nächster Auftrag ist, ich soll dieses System aktualisieren. Da hilft mir jetzt die Doku auf der Seite auch wieder weiter. Dort gibt es sowas wie Urpmi-update-auto-select. Kann man ja einfach mal ausprobieren. Mal gucken, was passiert. Ja, sagt mir jetzt, die Pakete sind auf dem aktuellen Stand. Hm, ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich jetzt erwartet hätte, was ich wollte, aber meine weitere Theorie aus der Benutzung von Debian und von anderen Distributionen ist, muss ich eventuell sowas wie ein Paketindex vorher aktualisieren, sodass er sich eine Liste runterzieht, wo drin steht, aha, es gibt das Paket jetzt in der und der Version. Und erst dann weiß das lokale System, aha, es gibt auch eine neuere Version. Gucke ich wieder in der Doku und habe da gesehen, aha, es gibt da so ein Update-Dings da, opmi.update-a. Aha, da macht er irgendwas, lädt da wieder was runter und HD-List, C, Z und Bluffhase. Macht und tut und dann probiere ich das einfach mal aus und nehme dieses Update da weg bei diesem Kommando, was ich hatte. Also ich probiere es wirklich bloß aus. Was macht er dann? Dann sagt er hier, es müssen zusätzliche, es wird irgendwie zusätzlicher Speicher verbraucht, wenn ich das jetzt mache und ob ich jetzt hier die 23 Pakete installieren möchte. Ja, das ist doch gar nicht schlecht, doch sage ich mal einfach J und drücke Enter. Dann lädt er es wiederum runter, macht und tut. Und damit ist das Ganze denn auch fertig. Und da sagt es mir ja noch, soll das System oder, genau, es wurde auch ein Kernel geupdatet. Ich sollte das jetzt wohl mal neu starten. Aber neu starten brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich, war jetzt nicht mein Auftrag. Ich sage, ich mache das System hinterher aus, dann ist es in einem sauberen Zustand und damit ist das für mich durch. Ich finde nicht, dass ich will. Also ich würde nur gucken, ob das System noch so funktioniert, wie ich das will. Gut, hätte ich natürlich noch machen können. Aber ich habe schon 60 Folien oder so. Ja gut, hätte ich natürlich noch gucken müssen, ob das andere wieder, ob mir das jetzt wieder sagt, das ist auch im aktuellen Stand. Genau. Ich hätte jetzt gesagt, wenn das ein Webseller ist, muss ich gucken, dass der Webseller hinterher noch läuft, wenn der den aktualisiert hat. Oder wenn da eine Software ist, muss ich auch gucken, dass das noch läuft. Das war ein bisschen gemogelt, das Ding war fast leer. Stimmt, aber natürlich, wenn etwas Wichtiges drauf gewesen wäre, richtig. Was habe ich letztendlich dabei gemacht? Die Grundlagen, die ich verwendet habe, sind Bash-Kenntnisse. Ein bisschen Linux-Kenntnisse, also ich wusste, wie die Autovervollständigung geht und wo ich diese eine Datei, höchstwahrscheinlich, zu suchen habe. Und dass es eben diesen Held-Parameter gibt. Das andere war letztendlich nachschlagen, ausprobieren. Schlüsselworte, die ich verwendet habe, ist eben Mageia und die Version und Package-Management. Letztendlich keine großartige Zauberei. Das nächste ist schon so ein bisschen, sagen wir mal, haariger. Einige Leute kennen sich mit PHP gut aus. Dann haben wir einen neuen Klienten. Er sagt mir, eine Warnmeldung wurde ausgegeben. Das ist so eine typische Fehlerbeschreibung von Kunden, die einfach sagen, irgendwas geht nicht. Oder das sieht irgendwie komisch aus oder sonst was. Damit kann ich erstmal nicht so viel anfangen. Und die Ursache, die ich, oder was ich machen soll, Ursache klären und beseitigen. Dann, meine Talkout-Besichtigung sagt mir, ich gucke jetzt nach. In dieser Web-Oberfläche, das ist M23, da hat er mir gesagt, da gibt es eine Fehlermeldung. Gut. Die Fehlermeldung finde ich relativ einfach. Da steht, naja gut, es ist keine Fehlermeldung, es ist eine Warnmeldung. Da steht dann Warning, aha, da steht dann Illegal String Offset Name in Dings. Interessant finde ich dabei zum einen die Zeilennummer und den Dateinamen. Also, Tatort-Begehung, wo bin ich hier? Die Datei distro.php und genauer Zeile 200. Sehr gut, merken, aufschreiben. Dann gibt es Auffälligkeiten. Ja, gibt es. Es gibt exakt diese Fehler, diese Warnung. Wer könnte daran schuld sein? Wahrscheinlich so ein Programmierer. Dann gucke ich mir eben exakt diese Zeile 200 an. Das ist die, die so ein bisschen am Ende ist und blau hervorgehoben ist. Aha, gut, da wird nach meinen PHP-Kenntnissen so ein Array genommen und mit diesem Schlüssel Name, Name, da wird versucht, irgendwie Informationen rauszuprügeln. Das scheint nicht ganz funktioniert zu haben. Dann versuche ich rauszufinden, wer ruft überhaupt diese Funktion auf. Da habe ich M23 Search für. Das ist letztendlich bloß ein Shell-Skript, was per Grab eben diese PHP-Dateien durchsucht und mir die Ergebnisse auflistet. Ich hätte auch ein Grab dafür nehmen können, aber so ist es einfacher. Dann bekomme ich eben Zeilen aufgelistet, in denen sowas vorkommt. Also Distrib, PHP, da habe ich dann Sternchen, Sternchen, Name. Das ist eine Beschreibung für diese Funktion. Da steht so ein bisschen, was die macht und tut. Dann habe ich da drunter die Funktionsdeklaration. Und das ist auch nicht das, was ich suche. Dann habe ich noch zwei weitere Fundstellen, wo die Funktion wirklich aufgerufen wird, wobei eine Sources-List.php heißt. Ja, könnte sein. Und dann habe ich noch hier eine Imaging-Client-Config.php. Bei diesem Wort Imaging, da schrillt so ein bisschen so die Alarmglocke. Denn Imaging, das habe ich schon mal gesehen. Nochmal zurück. Da steht Imaging. Imaging, das könnte also was zu tun haben. Könnte was damit zu tun haben. Also selbst wenn ich es nun nicht wüsste, würde ich allein von diesen beiden Informationen, aha, da habe ich was Ähnliches, was Identisches gefunden. Und das könnte eventuell das sein, was mir da weiterhilft. Das ist jetzt nach meiner gefühlten Wahrscheinlichkeit das, was ich am Interessanten ist und finde, wo ich einfach weitermache. Jetzt gucke ich da einfach mal rein, wie wird in dieser Funktion die andere Funktion aufgerufen. Und ist das überhaupt der richtige Aufruf? Denn ich habe zwei potenzielle Aufrufstellen. Um das nun genauer herauszufinden, setze ich einfach einen Marker. Ich gebe da so ein paar Üs rein. Üs finde ich immer ganz praktisch. Die kommen eher nicht so vor im Englischen und sonst wie. Die findet man auch irgendwie wieder. Geht natürlich auch mit Ös, S und sonst was. Die habe ich jetzt einfach mal in die Zeile davor gepackt. Und das müsste prinzipiell in der Ausgabe, die ich im Webbrowser habe, wieder auftauchen, wenn ich die richtige Funktion getroffen habe. Wiederum sehr wahrscheinlich die richtige Funktion. Niemals absolut denken, sondern wahrscheinlich. Jetzt gucke ich da im Webbrowser nach. Ich finde die Üs wieder. Wenn ich jetzt wirklich lange Ausgaben habe, ob ich das nur im Webbrowser habe, in Logdateien, sonst was. Suchfunktionen verwenden. Nicht per Hand irgendwie großartig drin rumscrollen und versuchen das zu finden. Einfach Suchfunktionen verwenden. Aber da ist es relativ eindeutig. Ich habe das mal rot angemarkert. Also es ist da. Juhu. Jetzt, naddem ich die richtige Stelle gefunden habe, springe ich wieder zurück. Und gucke einfach mal, was diese Funktionen, also Distri, Get, Description, Values, überhaupt ausspuckt. Denn die generiert ja ein Array und die Funktion wird mit Parametern bestückt. Jetzt fände ich erst mal interessant, welche Parameter werden überhaupt reingeworfen. Um genau zu sehen, welche Parameter das sind, setze ich ein Ü davor, vor die Ausgabe und danach. Damit ich auch nun wirklich sehen kann, ob dazwischen überhaupt irgendwas ist. Denn ansonsten sehe ich bei HTML sowas denn relativ wenig im Browser. Der schmeißt sowas dann weg, sodass ich es dann eventuell nicht sehen würde. Aber mit diesem Trick finde ich es dann halt wirklich. Also ich lasse mir alle Parameter, die in dieser Schleife durchlaufen werden, einfach mal ausgeben. Und was sehe ich dann? Ich sehe da Ü, Leerzeichen, Ü. Und danach sofort diese Fehlermeldung. Danach gibt es dann verschiedene Distributionen, die einfach ausgegeben werden. Also das wird wahrscheinlich irgendwie doof sein. Leerzeichen als Parameter ist hmm. Dann gucke ich mir eben diese Funktion an, die das Leerzeichen vorgeworfen kriegt. Und was macht die überhaupt damit? Die versucht jetzt unter diesem Pfad die Datei Info.txt zu öffnen. Und irgendwie Pfad, wo ein Leerzeichen drin ist als Verzeichnisname, ist irgendwie so ein bisschen suspekt, ist irgendwie komisch. Und was mir dabei eben auch noch auffällt, falls diese Datei dort nicht gefunden werden kann, wird ein leerer String ausgegeben. Ein leerer String ist kein Array. Also das könnte schon mal diese Fehlermeldung verursachen. Jetzt fallen mir spontan eben zwei Möglichkeiten ein, wie ich das lösen könnte. Ich ändere einmal in dieser Funktion, die das Array bzw. den leeren String generiert, so ab, dass sie immer ein Array mit einem Schlüssel einen Namen ausgibt. Kann man machen. Nachteil dabei wäre, ich habe das jetzt geändert und müsste jetzt eigentlich alle Stellen, wo diese Funktion aufgerufen wird, abklappern, ob eventuell dieser leere String als Rückgabewert erwartet wird. Das macht Arbeit und naja, ob das nur so sinnvoll ist, denn der Rest funktioniert ja eigentlich ganz gut so, wie es ist. Mögliche Lösung Nummer zwei. Ich nehme jetzt diese Funktion, wo dieses Array erwartet wird und überprüfe einfach, ob dieser Rückgabewert eben einen leeren String enthält, ob das nun wirklich kein Array ist und dann sortiere ich das einfach aus. Der Nachteil dabei wäre, dass ich nun andere Fehlerstellen, die ich habe, damit nicht finden würde. Gut, aber bis jetzt hat sich keiner darüber beschwert, scheint alles damit gut zu sein, also nehme ich einfach mal Möglichkeit zwei. Das sieht dann so aus, ich überprüfe dann halt, ob in dem Array mit diesem Schlüssel was abgelegt ist. Wenn ja, ist alles gut. Dann kriege ich da diesen Namen raus. Ansonsten ersetze ich den einfach durch ein Leerzeichen und dann ist alles gut. Ich nehme einfach Lösung zwei, ist in dem Fall der einfachere Weg. Das andere wäre eventuell schöner, aber ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe dafür gesorgt, dass diese Fehlermeldung weg ist und ich weiß letztendlich auch grob, woran es liegt. Das ist denn Missionen erfüllt. Wie man hier sieht, die Warnung ist verschwunden, alles ist wieder gut. Und was man bei solchen Aktionen machen sollte, die ganzen Üs wieder entfernen, weil das nachher irgendwie doof aussieht. Weiteren die Backcode entfernen. Und hinterher ist man natürlich immer schlauer. Man hätte das natürlich auch wieder einfacher finden können. Aber das ist ein Weg, den ich da wirklich so gemacht habe und mich so längst gegangen. Und letztendlich habe ich eine Lösung gefunden. Ja. Google-Appels hätte auch nicht geklärt, warum da ein Leerzeichen reinkommt. Eigentlich wäre das doch das Problem aus meiner Sicht. Genau. Da kommt da ein Leerzeichen rein und da müsste man suchen, warum kommt das Leerzeichen da rein und nicht gucken. Ja gut, jetzt ist das natürlich ein dreckiger Patch. Ich glaube, wir stehen als dreckiger Patch. Ja. Also hier ist es noch relativ sauber, aber es gibt so System-Sachen, also wirklich haarige Dinge, wo sich solche Ursachen auch nicht wirklich klären lassen. Besonders toll mit proprietärer Software gekreuzt, wo einfach wenig zu machen ist. Und das lebt von solchen Dingen. Also das ist besonders mit Wahrscheinlichkeiten gespickt. Und da kann ich dann auch teilweise wirklich nichts machen. Da kann ich einfach bloß die Wahrscheinlichkeit für Problemfälle runterfahren. Aber in der OP in dem Beispiel... Da hätte man es natürlich sauber machen können. Aber das wäre dann noch ein bisschen mehr gewesen. Ich dachte, ich komme sowieso nicht mit der Zeit hin. So, dann nochmal kurz dazu. Was habe ich da an Wissen verwendet? PHP-Kenntnisse. Also die Wahrung habe ich auch irgendwie grob verstanden, dass da irgendwie was nicht so richtig ist mit so einem Array. Ich kenne die Struktur des M23-Verzeichnisbaumes und weiß, wie dieses Suchwerkzeug funktioniert und wie ich Funktionen finde, wie ich Zeilennummern im Editor eröffnen kann. Das ist letztendlich das, was ich da jetzt so verwendet habe. Gut, das wäre es erstmal soweit. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch... Oh, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sind noch irgendwelche Fragen dazu? Für didaktisches Neuland, ja? Ja, dieser Fall, der erste Fall, ist das irgendwie halbwegs der Realität entnommen? Und ich würde denken, dass jemand, der Nano haben will, es auch selber zertiert kriegt. Richtig. Nee, das war einfach bloß... Also mein Gedanke dabei war irgendwas, was ich relativ schnell zeigen kann. Was, wo ich mich nicht direkt auskenne. Also habe ich Mageia genommen. Also ich benutze Debian und Bundo Linux Mint. Also das ist meine Schiene. Von daher war es was anderes. Sodass ich jedenfalls so ein bisschen Realitätsnähe da rein kriege. Normalerweise mache ich einfach kein Mageia, aber damit es eben was anderes ist. Ich hätte auch Fedora nehmen können, Gönnarch oder sonst irgendwas. Und damit ich das auch relativ zügig durchkriege. Denn das sind wirklich relativ viele Einzelfolien. Und ja. Nein, es ist nicht aus der Realität. Es war gefakt. Das zweite ist schon echter. Also das zweite ist quasi echt. Also diesen Patch gibt es da jetzt drin. Auch wenn er ein bisschen hier, ein bisschen dreckig ist. Aber das ist da drin. Es erfüllt seinen Zweck. Man kann es schöner machen. Das nächste Mal würde ich vielleicht den Apache oder so installieren. Also dass der Kunde gerne einen Webserver haben möchte. Dann kommt dieser Fall gar nicht, dass der rechte Profil ist. Ja, sowas. Also ich mache auch heute noch einen Workshop eben auch dazu. Da kommt sowas auch vor. Und ich wollte exakt sowas nicht vorwegnehmen. Das ist nämlich sehr schön. Da gibt es solche... Das darf ich ja eigentlich gar nicht sagen. Damit nehme ich die Lösung vorweg. Aber es kommt ein Apache vor. Und da gibt es auch so eine eklige Situation. Und die dürfen die Teilnehmer selbst lösen. Ja. Gut. Ansonsten sind glaube ich noch zwei Plätze frei. Nach dem letzten Stand. Und das ist... Ich glaube in zwei Stunden geht es los. So sicherheitshalber nochmal gucken. Gut. Dann erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.